recht herzlich willkommen zur gute frage weiß ich auch nicht mehr 74 folge oder sowas kann sein weiß ich nicht müsste nachher gucken im titel da steht es ja dann richtig dran okay wir waren so weit und haben da oben das dach weiter gebaut dann müssen wir noch dran arbeiten dafür brauchen allerdings irgendwie mehr bäume mehr holz ja und dann werden wir da mal gerade hier gucken dass wir das hier zum beispiel ab machen holz war dafür aber wir müssen auch die blätter abbauen weil wir dann nämlich vielleicht noch ein paar setzlinge finden könnten da wir noch zwei nur eine runtergefallen ich glaube nicht nur noch da ist einer kurz ins inventar ja es ist nur einer aber denken wir ja gerade mal hier tauschen dann kriegen wir das ja auch hin da geht auch noch was ich sehe keinen schade gut hier haben wir auch noch genug blätter da ist ein apfel runtergefallen und das sowas war keine gute idee nach dafür zu nehmen naja sieht man jetzt auch nicht was darunter doch da ist gerade eine runtergefallen manchmal erkennt man da ist da ist noch ein apfel gekommen einer fehlt uns noch nennen wir schön wenn wir den noch pegen kommen schon einsetzling noch und jetzt fehlt uns noch einer von den dingen schade ach da ist er gut dann würde ich sagen pflanzen wir die mal hier hin die sind schick aus na ja da auch da lag noch einer interessant auch schön wir brauchen auf jeden fall noch eine axt ach so ich hab da drei mein eigenes inventar von sag schon vom eisen ein stück habe ich auch noch jetzt habe ich das falsche gebaut ich hält rückwärts glaube nicht das war jetzt doch ja das war dann das thema eisen weiß gar nicht ob wir noch was hier im ofen vielleicht haben da um die ecke waren sie da ist nichts drin wird ich da was weintun dass die nächste frage nach und da ist noch was da gewesen gut dann kriegen wir jetzt doch noch eine axt hin und die kieße und da und ich habe es wieder falsch gemacht aber diesmal fällt es mir noch auf weisen axt so da preis nicht meine ich da in wer den wot ich auch bauen okay okay sieht jetzt mal komisch aus aber ich glaube ist schon okay oder wird schon wachsen alles gut ja ist jetzt nicht das ideale hier aber okay dann komme ich nicht dran lassen so wachsen wohl zwei habe ich da könnte ich vielleicht noch zwei kriegen dann wird es gehen oder irgendwo samt wieder treppen stufen haben wir schon hier so aber im sand kann man eigentlich hier oben auch arbeiten jetzt unsere fallen schade da auch nicht immer da drüben mal hin das hat gut geklappt falsche seite gedrückt nach krägern wo ich dann verlicht da rein aber da unten liegt was drunter aber das ist sand oder aber wohl sand kommt ein kringer oder da fällt mir entgegen ich brauchte mich abbauen alles klar gut den baum auch schnell auf da hinten hin irgendwo hier ist ein schönes plätzchen oder das sollte man auch auswählen so dass die weiter wachsen wir haben ja hier schwarzeigenholztreppe genug die machen wir erstmal schwarzeigenholz haben wir auch noch das bedeutet das können wir mal so ziehen mach das dahin ach so wir müssen erst bretter machen alles klar da so so sollten erst mal eine weile reichen so dahin und dann wieder hoch ne ne das ist mal verkehrt aber das war gar nicht mal so verkehrt da lang hier hoch da hoch da ist alles ok die erde haben wir jetzt mitgenommen die können wir hier weiter bauen ok da müssen wir irgendwie anders hin da müssen wir irgendwie anders hin ok ok die erste runde sand ist schon weg dann nehmen wir die nächste ist aber kein problem ne wir müssen das ja auch zwei reich machen oder wie wir das kommen wir machen hier vorne weiter ok 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 Oh, das haben wir jetzt super gemacht, he? So. Jetzt bauen wir hier unten erstmal los. Hä? Stehe ich noch im Weg? Tatsächlich. Schüttere Verkehr, den wir hier sitzen dürfen, oder? Ne, der hat sich umgeändert. Glück gehabt. Oh, Glück gehabt, nicht runtergefallen. Okay, da sind schon zack, zack, 30 wieder weg, ne? Okay, dann können wir gleich wieder abbauen. Gut, das lassen wir erstmal so. Mitsand ausfüllen müssen wir jetzt hier. Ne, das ist verkehrt. Ich glaube, der Stein ist verkehrt, ne? Kann das sein? Ja, passt schon. Vielen Dank. Alles gut soweit. Gut, jetzt müssen wir, glaube ich, es ausfüllen wieder. Jetzt kommen wir da nachher nicht mehr dran. Falsche Seite drückt. Und er muss bleiben. Okay. Und wieder Treppen. Wunderbar. Hier abbauen. Da ist auch noch einer, da kann man auch weg. So. 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 Wieder eine Reihe mehr machen. Schauen wir mal die noch, ich glaube ja. Nur eine Reihe noch, dann ist hier vorne schon zu. So. Wunderbar. So. So. Drei. Drei. Einer noch, dann haben wir sie weg. Wunderbar. Da unten liegen auch noch ein paar drin, die müssen wir aufheben. Dann hier hin, dorthin. und dann müssen wir hier noch Erde platzieren. hin. Okay, kriegen wir auch hin. Passt. Und dann muss da halt Stopp, oder? Ach, da haben wir eine höher gemacht. Ist jetzt die Frage, müssen wir das überhaupt so hoch machen oder können wir es hier bündig machen? Hm. Gute Frage, ne? Hier haben wir so... Tja, weiß ich auch nicht, wie wir das machen. Noch einen höher oder lieber nicht? Eigentlich brauchen wir nicht einen höher, oder? Das wäre dann die Frage, wie sieht das von unten aus? Und ich glaube, das sieht dann schlecht aus. Ich glaube, das machen wir weg. Dann müssen wir das für nehmen. Dann geht es auch viel schneller, ne? Ich glaube, wir lassen das... So, ja, ich dachte schon, ich stürze in die Tiefe. So. Ah, okay. Da müssen wir dann auch noch dran arbeiten. Ah, ja. Das ist noch eine große Baustelle. Gut. Aber das kriegen wir auch noch hin. Würde ich sagen, ne? Hier machen wir nächstes Mal weiter. Ich verabschiede, glaube, von hier oben. Dann wollen wir nächstes Mal nicht hier wieder hochlaufen, oder? Der Sand, der muss da aber weg. Ich glaube, dann sieht es besser aus, ne? Da müssen wir noch überlegen, ob was zubauen oder nicht zubauen. Hm, weiß ich auch noch nicht. Hier hätten wir es wohl besser zugemacht, ne? Ja, weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal dann. Gut. Dann würde ich erst mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.